Für mich ist wirtschaftliches Handeln eine Einstellung, die auf Humanität, Vernetzung, Kooperation, Solidarität, dem ressourcenschonenden Umgang und Eigenverantwortung beruht. Eine Ökonomie, die sich an menschlichen Bedürfnissen orientiert und nicht umgekehrt. Ich setze mich ganz gern für die grüne Wirtschaft auch ein, weil ihnen Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund wichtig sind. Eine möglichst große Vielfalt auf unserem Planeten ist überlebensnotwendig. Weil sie unterstützt uns kleine, kleinteilige Unternehmen, ganz speziell mit dem Serviceangebot im Bereich Digitalisierung. Weil ich die Menschen dort unglaublich schätze. Indem ich neue Unternehmerinnen kennenlerne. Diese unglaubliche Hilfsbereitschaft. Und wo durch Zusammenarbeiten gemeinsame Projekte entstehen können. Und dieses Miteinander und Miteinander etwas weiterbringen wollen, diese Vernetzung, das ist sehr bereichernd für mich und mein Leben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.